Das hier ist sie, die Big Screen Beyond. Das wahrscheinlich futuristischste VR-Headset, was es momentan gibt. Das hier ist schon die verbesserte Version mit einem größeren FOV. Ich konnte sie jetzt die letzten Wochen lang testen und ich habe jetzt wirklich ein gutes Gefühl für dieses Headset und deswegen dieses Video, in dem ich euch alles, was ich über diese Brille gelernt habe, berichten werde. Lohnt sich das Gerät? Lohnen sich die 1.369 Euro, die es kostet? Kann das hier eure Vive Index oder Vive Pro 2 oder was ihr auch zu Hause habt, ersetzen? Genau diese Frage werde ich in diesem Video beantworten und am Ende dieses etwas längeren Videos werdet ihr wissen, ob sich dieses Gerät für euch lohnt. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sebastian Ang. Und wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert und für immersive Technologie und wenn ihr wirklich gründliche Reviews schätzt, wie dieses hier, dann seid ihr hier genau richtig. Also abonniert diesen Kanal hier und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Lass uns sofort anfangen mit Verarbeitungsqualität, Features dieses Gerätes und dem Preis. Und zur Verarbeitungsqualität kann man nur sagen, jawohl, schaut euch an, das hier ist ein wirklich gut verarbeitetes Gerät und es ist sowas von futuristisch, das gibt es gar nicht. Wie viel Technologie die hier reingesteckt haben und wie schön und toll das aussieht, auch wenn man es auf hat, das ist schon erstaunlich. Das ist richtig gut verarbeitet und es hat ja diesen Faktor, man möchte es einfach haben. Ja, man möchte dieses Gerät besitzen. Richtig schön. Wenn man es dann auch anschließt, dann gibt es hier auch sogar noch eine LED, die leuchtet, die Farbe kann man einstellen. Ja, also es ist schon schön. Es ist schon fantastisch, was die hier alles reingesteckt haben. Ja, Features für alle von euch, die es noch nicht wissen. Das hier ist ein reines Steam VR Headset, also es geht hier um PC VR, nicht Standalone. Ihr spielt damit so Spiele wie Half-Life Alyx oder Simulationen und ja, alle die guten PC VR Spiele, die es da draußen so gibt. Das Ganze ist nicht kabellos, das Ganze kommt hier mit einem Kabel und ja, hier auf der Seite ist das ein USB-C Kabel und ja, lasst uns mal das hier euch zeigen, die andere Seite. Ja, wie ihr seht, ist es recht lang, also lang genug auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite gibt es hier eine Breakout-Box, also hier auch USB-C, eine Breakout-Box und hier dann drei Kabel, die in euren PC reinkommen. Das ist einmal Displayport und zweimal normales USB-A. Ja, das Ganze ist ein Lighthouse Headset, also ihr braucht zwei Basisstationen und zwei Controller, zum Beispiel die HDC-Controller oder die Valve Index Controller. Die meisten von euch haben wahrscheinlich die Valve Index Controller. Und ja, das Ganze hat zwei Mikro-OLED-Displays, also wir haben perfekte Schwarztöne, schöne Farben, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Und ja, was halt besonders ist an diesem Gerät, das wird für euch gemacht. Wenn ihr es gekauft habt, dann bekommt ihr einen Link und dann müsst ihr mit einem iPhone diesen Link anklicken und dann müsst ihr euer Gesicht scannen mit einer App, die dann euch da zur Verfügung gestellt wird. Und dementsprechend wird dann dieses Interface, ja, dieses Gesichtspolster genau auf euch zugeschnitten. Und ja, das passt dann halt wie angegossen. Das ist das sehr Spezielle hier bei diesem Headset. Und es gibt dann auch kein IPD-Adjustment, also man kann den Augenabstand der Linsen nicht anpassen. Es wird euch das Modell geliefert mit eurem Augenabstand. Wir haben 15 verschiedene Modelle, könnt ihr euch so vorstellen wie verschiedene Schuhgrößen. Und die schicken euch dann genau das, was für euch passt. Also, sehr interessant und Big Screen hat sich gedacht, ja, hier, wie sieht es aus bei normalen Brillen? Die teilt ihr euch ja auch nicht, die sind auch für euch gemacht. Und so wollen wir es für VR auch schaffen hier. Wir wollen einfach das bequemste Gerät für dich machen. Und das ist schon ein sehr interessanter Ansatz. Ja, der Preis 1.369 Euro. Es ist kein Mainstream-Preis, es ist schon ein Enthusiasten-Preis. Keine Frage, hört sich teuer an. Aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist der Preis wirklich, ja, in Ordnung sogar für das, was ihr hier bekommt. Für dieses futuristische Headset mit Micro-OLED-Display und vor allem, es ist halt für euch gemacht. Es ist wie ein Maßanzug. In VR und das ist schon was Besonderes, gerade weil das von einer Firma kommt, die dieses Gerät nicht in riesen Mainstream-Massen fertigen wird. Ja, das sind vielleicht hunderte oder tausende Geräte. Und dann so einen Preis zu machen von 1.369 Euro, das ist echt nicht teuer. Und ich habe mit dem CEO gesprochen, mit Dashaan Chanka und habe ihn gefragt, wie er das überhaupt schafft. Und er meinte so, ja, viel verdienen sie daran nicht mehr, aber sie wollen halt so viele wie möglich unter die Leute bringen. Einfach, damit es eine schöne Basis gibt, auf der sie dann aufbauen können. Also 1.369 Euro, ja, teurer als eine Pico 4 und eine Quest 2. Aber wenn man sich das mal im Großen und Ganzen anschaut, ist das ein wirklich toller Preis. Und gerade für Enthusiasten, ja, ist das in Ordnung. Wenn man sich andere Hobbys anschaut, ja, wenn Leute hier Home-Cinemas und so weiter sich zusammenbauen, ist das nochmal viel teurer. Und wir sollten da als Enthusiasten bei 1.369 Euro auch nicht zu viel klagen für das, was man hier bekommt. Nochmal zusammenfassend, Verarbeitungsqualität, alles total gut. Was mir allerdings nicht so gefällt, ist, wie das Facial Gasket aussieht, dieses Silikon. Das sieht irgendwie, ja, irgendwie könnte das besser aussehen für das Geld. Es sieht irgendwie so aus, als wäre es handgeschnitzt oder was, keine Ahnung. Das wäre so ein kleiner Punkt, den sie meiner Meinung nach verbessern könnten, damit das wirklich komplett futuristisch aussieht. Und als nächstes reden wir über den Komfort. Das ist natürlich eines der wichtigen Dinge hier bei diesem Headset. Denn darauf haben sie Wert gelegt, dass das hier ihrer Meinung nach das komfortabelste Headset sein soll, was es da draußen gibt. Und ja, es ist super, super komfortabel. Es ist 127 Gramm nur schwer. Es ist so leicht und man merkt es gar nicht richtig, wenn man es trägt. Und gerade bei anderen Headsets, da spürt man schon dann die Unwucht, bei der Crystal zum Beispiel oder auch bei anderen Headsets. Und hier eben gar nicht mehr, weil es so leicht ist und so nah auch am Kopf anliegt. Also, das ist schon wirklich was ganz Besonderes und das haben sie wirklich schön gemacht. Das erste Mal, wenn man dann dieses Headset aufsetzt, was für euer Gesicht gemacht worden ist, denkt man sich so, wow, unglaublich. Ja, sowas habe ich ja noch nie erlebt, dass das genau passt. Und deswegen hat man auch absolut kein Licht, was irgendwo noch reinkommt. Wenn andere Headsets noch irgendwo so Light Leakage haben und man sieht noch ein bisschen was von der Umgebung oder sowas, hier nein. Ihr setzt es auf und alles ist komplett schwarz oder ihr seht einfach nur das, was ihr in VR seht. Und ja, das ist schon auf jeden Fall was Besonderes hier bei der Big Screen Beyond. Was allerdings nicht mehr passt, ist dann natürlich eure Brille. Und auch daran haben sie gedacht. Es gibt Einlegelinsen, die man schon sofort dabei bestellen kann. Und ja, ich nehme das mal hier ab. Und ich habe hier auch schon welche drauf. Ja, also hier, schaut mal. Das hier sind Einlegelinsen. Gucken wir mal, ob man das sehen kann hier. Ja, jetzt sieht man es genau. Und die haben hier so Magnete dran, hier am Rand. Und dementsprechend kann ich die dann hier magnetisch anbringen. Also sehr schön durchdacht. Und ja, wenn ihr halt Brillenträger seid, dann könnt ihr die sofort bei der Bestellung mitbestellen. Und das solltet ihr auch machen, denn ja, normale Brille passt hier einfach absolut nicht mehr rein. Oder ihr müsst eben mit Kontaktlinsen ran. Ist das Ganze jetzt komplett perfekt, was den Komfort anbelangt? Und ja, da muss ich euch sagen, nein, es ist meiner Meinung nach nicht komplett perfekt. Und zwar dieses Silikon hier, wenn es draußen warm ist und wenn man in einem Raum spielt, der warm ist und ihr fangt an zu schwitzen, dann fand ich das nicht mehr so komfortabel. Ja, dann zusammen mit meinem Schweiß war dieses Silikon dann ja doch ein bisschen klebrig und es fühlte sich dann um meine Augen nicht so schön an. Und alle fünf oder zehn Minuten dachte ich mir so, ach nee, ich muss das auf jeden Fall mal abnehmen. Es fühlte sich so an wie so eine Schwimmbrille, ne, die halt wirklich so aufsetzt und da kam keine Luft rein und es war schwitzig und nee, lieber ab. Das ist einfach so gewesen, wenn es draußen warm war und ich geschwitzt habe. Bei normaler Raumtemperatur, wenn es kühl war und ich ganz normal gespielt habe, dann war das gut, dann konnte ich das wirklich vergessen, dass ich hier eine Brille aufsetze und dass ich eine Brille aufhabe, eine VR-Brille. Denn es ist dann wirklich leicht, es gibt keine Unwucht, es ist richtig schön und dieses Silikon fühlt sich dann auch okay an. Ja, also kommt echt darauf an, in welcher Umgebung ihr spielt und ob ihr viel schwitzt oder eben nicht. Und dementsprechend ist auch mein Appell an Big Screen, dass sie hier vielleicht noch ein zweites Facial Interface, noch ein zweites Gesichtspolster mitliefern, was vielleicht ja nicht aus Silikon ist, sondern aus einem anderen Stoff. Vielleicht so wie bei der X-Elite, dass man einfach nur Baumwolle hat zum Beispiel. Oder vielleicht irgendwie, ja, eine Stoffschicht hier noch hat, die man auch drauflegen kann. Aber da könnte ja vielleicht vor ihr Cover kommen und irgendwas bringen. Also es ist noch nicht alle Tage Abend und da könnte man sicherlich auch noch für diese Situation was machen, wo ich dieses Headset eben als nicht so toll empfand. Auch muss ich sagen, dass ich nach längeren Spielzeiten doch hier auf der Nase ein bisschen Probleme hatte. Also meine Nase ist so recht normal groß, vielleicht ein bisschen größer als normale Nasen. Und da hatte ich dann doch hier ein bisschen Kontakt, hier unten. Und dementsprechend nach längeren Sessions war mein Gesicht so in Ordnung. Also ich hätte nicht so großartig diese VR-Spuren. Aber hier genau auf der Nase, hier hatte ich dann doch ein bisschen Probleme. Also es ist gut, aber es ist nicht der heilige Gral, was den Komfort anbelangt. Kann noch besser gehen. So und jetzt kommen wir zum Bild der Big Stream Beyond. Natürlich sehr wichtig für euch. Und ja, was können die beiden Micro-OLED-Displays, die mit 2500 mal 2500 auflösen? Kann ich euch sagen, einiges. Es sieht super aus. Es ist ein schönes, klares Bild. Und wenn ihr von der Index kommt oder wenn ihr von der HDC Vive Pro 2 kommt oder Vive Pro 1, ja, ihr werdet es lieben. Absolut fantastisches Bild, hohe Auflösung, tolle Farben und absoluten Spaß. Und dass das in diesem Formfaktor zu euch kommt, wow. Also definitiv, ja, es ist ein schönes Upgrade für eure Quest 2, Vive Pro 2 Index und auch G2. Die hat zwar ähnlich, ein gutes, scharpes Bild, aber die Farben sind hier einfach besser. Zu den Farben kommen wir aber auch noch. Definitiv also ein schönes Upgrade. Aber nicht alles ist besser. Und da kommen wir zum FOV, ja, zum Sichtfeld, was ihr in VR seht. Das ist hier nur so Standard. Das ist hier schon die verbesserte Version. Mein erster Prototyp, den ich hatte, der hatte ein kleineres FOV, kleiner als die Quest 2. Und diesen Prototypen konnte ich dann nicht wirklich empfehlen, denn die meisten von euch kennen schon die Quest 2 oder auch größere FOVs. Und dann hat man das Gefühl, als würde einem etwas weggenommen werden. Und das möchte man nicht. Hier hat man jetzt ein FOV, der ist so auf Quest 2 Niveau. Horizontal hatte ich 96 Grad und vertikal hatte ich so 88 bis 90 Grad. Ja, also, ja, so Quest 2 mäßig. Horizontal ein bisschen mehr als Quest 2, vertikal ein bisschen weniger als Quest 2. Ungefähr so wie die originale HP Reverb G2, die erste Version. Also es ist okay, aber es ist nichts, wo man ins Schwämen geraten könnte. Und wenn ihr das FOV der Valve Index richtig gewöhnt seid, dann werdet ihr hier schon denken, oh ja, okay, das ist schon merklich kleiner. Also das muss euch dann in dem Moment schon klar sein, dass ihr hier weniger FOV habt. Trotzdem, könnt ihr damit Spaß haben und könnt ihr euch auch daran gewöhnen. Und da kann ich euch sagen, ja, ich bin an das FOV der Pico 4 gewöhnt. Und auch die Crystal hat so ein großes FOV. Aber ich habe auch hier, obwohl ich ein kleineres FOV hatte, dann sehr viel Spaß gehabt, auch neue Spiele zu entdecken. Wie Vertigo 2 und so weiter und so fort. Und die Farben, der tolle Formfaktor und das alles hat das dann wettgemacht, dass man nicht das größte FOV hat. Aber nochmal, ihr habt hier ein nur normales FOV. Kommen wir zu den Farben. Und die Farben sind hier echt fast schon Star der Show. Die Farben sind so gut. Micro-OLED, perfekte Schwarzwerte. Kein Licht, schwarz. Ja, und dann auch sehr schöne, ja, leuchtende, lebende, vibrante Farben. Das sieht einfach gut aus, diese guten Kontraste. Und auch wenn ihr zum Beispiel eine dunkle Szene habt und in dieser dunklen Szene gibt es etwas Helles. Zum Beispiel wie der Mond in Kayak Mirage, diese Nachtlevel oder die Nordlichter dann. Das ist so gut. Und es ist, ja, würde ich sagen, sogar die beste Brille für diese dunklen Szenen. Ja, das sieht auch nochmal besser aus als das Local Dimming in der Crystal oder in der Quest Pro. Das ist einfach nur gut, denn OLED erleuchtet halt wirklich die Pixel selbst und nicht einen Bereich hinter den Pixeln, wie beim Local Dimming, wo dann diese Local Dimming Zones größer sind als die Pixel, die erleuchtet werden wollen und dementsprechend man dieses Blooming hat. Hier nicht genau die Pixel, die hell sein sollten, die leuchten auch. Und das ist einfach fantastisch, super Farben und es macht einfach nur Spaß. Und ja, in diesen Szenen, die atmosphärisch sind, wie zum Beispiel Horrorspiele, die ich ja nicht spiele, ja, oder auch so ein Nachtflug, zum Beispiel bei Microsoft Flight Simulator, der Tokio Level. Ja, das macht einfach nur Riesenspaß und die Farben sind hier ein großes Plus. Wie sieht es aus mit der Helligkeit der Big Stream Beyond? Die ist schon dunkler als andere Headsets, auf jeden Fall. Gerade wenn man die Nits vergleicht, hier mit der Crystal oder mit den meisten anderen Headsets, da hat man hier weniger. Aber man muss auch sagen, alle Photonen, die von diesen Displays ausgesendet werden, die landen bei euch in euren Augen. Da geht nichts verloren, weil wir haben halt kein Licht, was von außen reinkommen kann und es geht auch kein Licht raus. Also das ist schon sehr intensiv, was hier auf euch zukommt von den Displays. Und ja, es ist nicht so viel wie bei anderen Headsets, aber ihr merkt es nicht, besonders wegen diesen tollen Kontrasten. Wenn ihr dunkle Szenen im Bild habt und dann farbenfrohe, die Kontraste sind so gut, dass das komplett normal und gut aussieht. Ihr werdet hier keine Probleme haben. Ja, also ich habe es in vielen Spielen getestet und es sieht gut aus und es ist sehr vergleichbar wie vielleicht eine Pico 4, aber eben wegen dieser Kontraste noch besser. Allerdings, trotzdem gibt es auch Spiele, wo man es schon merkt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Spiel habt, was komplett hell ist. Zum Beispiel im Microsoft Flight Simulator, dieser Bora Bora Level, wo es eigentlich komplett hell ist alles. Es ist nur Sonnenschein, das blaue Meer ist vor euch, das türkise Meer ist vor euch und in anderen Brillen ist das super hell und es fühlt sich so an, als sollte man eine Sonnenbrille tragen, weil es so hell ist. Ja, in den Szenen, da merkt man schon, dass andere Brillen heller sind und man hier dann keine Sonnenbrille bräuchte. Wenn ihr ungefähr versteht, was ich meine. Man kann diese Szenen dann super spielen, aber sie sind eben nicht so hell, wie eine PS4 2 sein kann oder wie eine Primix Crystal sein kann. Also das ist dann in dem Moment schon anders. Aber im Großen und Ganzen ist die Helligkeit für mich meiner Meinung nach kein Problem. Wenn ihr eine super Helligkeit braucht und wollt, dann ist dieses Headset nichts für euch. Ja, kommen wir zu den Linsen. Wir haben hier Pancake-Linsen, klare Pancake-Linsen und dementsprechend dank dieser Linsen können wir diese Art von Formfaktor haben. Ja, das ist schon mal gut. Die Linsen sind auch in Ordnung, aber sie sind nicht perfekt. Und warum sind sie nicht perfekt? Es gibt keine perfekte Klarheit von Rand zu Rand. Also diese Edge-to-Edge-Clarity, die einigen von euch ja recht wichtig ist. Also die letzten 5 bis 10 Prozent, da merkt man schon, dass die Klarheit abfällt. Stört mich persönlich das, wenn ich spiele. Mich persönlich nicht, weil ich normalerweise nach vorne gucke, weil ich normalerweise nach geradeaus gucke. Aber wenn man schon mal schnell den Kopf hin und her bewegt oder wenn man doch mal mit den Augen nach links und rechts schaut, dann sieht man das schon. Und andere Headsets, wie zum Beispiel die Crystal, sind da einfach besser. Und das muss ich euch einfach gesagt haben. Auch ist es so, dass man ganz am Rand der Linsen schon leichte Farbveränderungen spüren kann. Gerade wenn man zum Beispiel in einer Szene ist, die komplett weiß ist. Am Anfang von Half-Life Alyx gibt es diese Szene, alles ist weiß. Oder wenn man in den Himmel schaut, dann sieht man schon ganz oben und ganz unten und ganz rechts und ganz links, gibt es leichte Farbveränderungen Richtung Rot und Richtung Grün. Kommt daran, wo ihr hinschaut, lustigerweise. Ist das ein Showstopper oder ist das was, was wirklich euer Spielerlebnis einschränken wird? Meiner Meinung nach nicht. Und ich sage euch das auch hier nur, weil ich euch wirklich jedes Detail der Brille erklären möchte. Das wird den meisten wahrscheinlich gar nicht auffallen oder wäre euch gar nicht aufgefallen, wenn ich euch das nicht jetzt gesagt hätte. Aber es ist einfach zu erkennen und deswegen sage ich es euch auch jetzt hier in diesem Video. Ein größeres Problem der Linsen hier ist, dass es schon Glare gibt. Ja, also so Spiegelungen. Denn Pancake-Linsen, das sind normalerweise ja halt mehrere Linsen und da spiegelt sich das Licht dann ein bisschen. Ihr kennt das von der Pico 4. Da gibt es auch diese leichten Spiegelungen. Und ja, hier gibt es sie auch. Und die sind sogar noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen stärker als bei der Pico 4. Es ist auch kein Showstopper, aber es ist auch nicht schön. Und andere Linsen, andere Pancake-Linsen können das besser. Zum Beispiel die Pancake-Linsen in der Quest Pro. Die haben dieses Problem nicht oder in viel kleinerem Maße. Dementsprechend ist es nicht perfekt. Und man sieht das auch schon in Szenen mit starkem Kontrast. Also weiße Schrift auf einem schwarzen Hintergrund. So was zum Beispiel, dann sieht man schon recht viel von diesem Glare. Und ja, das ist schon nicht so toll. Das könnte besser sein. Und vielleicht in der Big Screen Beyond 2 ist das dann vielleicht nicht mehr. Ist das so schlimm wie in der Valve Index oder in der Valve Pro 2? Nein! Ja, also nochmal, wenn ihr von diesem Headset kommt, dann werdet ihr denken, ach ja, schön, diese Godrays sind nicht mehr da. Dafür habt ihr jetzt diesen Glare, aber halt nicht so stark wie diese Godrays. Also nicht so ganz so schlimm, kein Showstopper, aber auch nicht perfekt. Und das könnte besser sein. Die Displays kann man betreiben entweder mit 75 Hertz oder mit 90 Hertz. Wenn ihr 75 Hertz benutzt, dann habt ihr die volle native Auflösung dieses Headsets, die da über DisplayPort geschickt wird. Wenn ihr mit 90 Hertz das Gerät betreibt, dann habt ihr das Ganze mit Display Stream Compression, DSC. Das heißt, das Bild wird ein bisschen komprimiert, aber wie sie sagen, visually lossless. Also da sollte man keinen Unterschied feststellen können bei 90 Hertz. Wie sieht es aus? Konnte ich einen Unterschied feststellen? Ich muss euch sagen, ich konnte diesen Unterschied nicht sehen. Und wenn ihr den sehen könnt, dann cool, habt ihr super tolle Augen. Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass der visually lossless ist und man das nicht erkennen kann. Andere Headsets benutzen das übrigens auch. Das ist nicht das erste Headset, das das macht. Die Vive Pro 2 hat auch DSC und bei der besten Einstellung benutzt das auch DSC. Und meiner Meinung nach merkt man das auch nicht. Ja, also meiner Meinung nach könnt ihr es ohne Probleme mit 90 Hertz betreiben. Und ich habe das auch mit 90 Hertz betrieben und war begeistert von der Klarheit dieses Headsets. Deswegen meiner Ansicht nach ist das kein Problem. Im Großen und Ganzen ist das hier ein fantastisches Bild und ihr werdet richtig viel Spaß dabei haben. Ja, ein super Upgrade für eure Index, für eure Vive Pro 2. Und zwar mit einer super Auflösung, mit tollen Farben, die euch wirklich viel Spaß bereiten werden. Gerade in kontrastreichen Szenen. Und ja, das ist etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Ist es das perfekte Bild? Nein, definitiv nicht. Es gibt Feuerheadsets, die besser aussehen, wie zum Beispiel die Crystal. Und zwar, weil die ein größeres FOV hat und weil das Bild ja konsistenter ist. Ihr habt eine bessere Edge-Stretch-Clarity und ja, das macht schon einen Unterschied aus. Aber trotzdem für den Formfaktor ein fantastisches Bild, was ihr lieben werdet. Für alle, die das beste Bild haben wollen, Crystal, aber dann bekommt ihr eben nicht diesen Formfaktor. Kommen wir zum Audio. Ja, und da gibt es nicht zu viel zu berichten, denn das hier hat kein Audio. Es gibt auch noch eine Version, da könnt ihr ein Audio-Headstrap dann hier ran modden von Big Screen. Das konnte ich allerdings noch nicht testen. Dementsprechend kann ich euch dazu noch nichts sagen. Ich muss sagen, bei diesem Headset hier hatte ich keine Probleme damit, dass es kein Audio hat. Denn dank diesem Softstrap ist es so, dass ihr alle möglichen Kopfhörer einfach benutzen könnt. Ich benutze hier die Barracuda X. Ja, das sind kabellose Kopfhörer, die mir sehr gut gefallen, kosten auch nicht so viel. Ich mache mal den Link unten in die Beschreibung des Videos. Und hier gibt es gutes Audio ohne Latenz. Ja, oder ihr könnt Indies benutzen oder was auch immer ihr wollt. Und ja, das geht eben, wie gesagt, dank diesem Softstrap gut. Und dementsprechend ist es für mich tatsächlich kein Problem. Der andere Part vom Audio, nämlich das Mikrofon, ist fantastisch. Wir haben hier ein sehr gutes Mikrofon, was hier eingebaut ist. Und das ist eines der besten Mikrofone, welches ich jemals in VR-Headsets gehört habe. Vielleicht das Einzige, was hier noch mithalten könnte, wäre tatsächlich die Valve Index. Also, wenn ihr hier mit streamen wollt oder wenn ihr viele Multiplayer-Spiele spielt, wo euch andere Leute hören, jup, das ist vollkommen in Ordnung und das ist fantastisch sogar. Der nächste Bereich ist Tracking. Ich habe es schon erwähnt, das hier ist ein Valve Lighthouse Tracking Headset. Das heißt, ihr braucht die Basisstation und Controller, die mit Valve kompatibel sind mit dem Lighthouse-System. Zum Beispiel die Valve Index Controller oder HTC Controller. Und wie wir ja schon lange wissen, das ist einfach das beste Tracking, was es für Konsumenten momentan gibt. Das heißt, überall werden die Controller getrackt und das Headset, die Controller hinter am Rücken oder was auch immer. Das beste Tracking, dementsprechend super, Daumen nach oben. Das heißt allerdings auch, dass ihr eben die Basisstation aufstellen müsst. Ihr habt sie höchstwahrscheinlich schon oder wenn ihr sie nicht habt, müsst ihr sie euch noch kaufen. Und die Controller kosten dann so 299 Euro und die zwei Basisstationen kosten auch nochmal so 300 Euro. Also mit 600 Euro plus 1.369 Euro seid ihr dabei. Und ja, das ist dann schon nicht mehr so günstig. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich mag die Big Stream Beyond. Die Big Stream Beyond ist ein fantastisches Headset und ich bin froh, dass es dieses futuristische Headset jetzt schon gibt. Viele von euch werden es lieben und ja, es ist wirklich ein gutes Upgrade für eure Valve Index, für eure Vive Pro 2, für eure Vive und so weiter und so fort. Gerade für Leute, die eben schon das Basisstationen-Set haben von Valve und die schon Controller haben, die also das nicht extra dazukaufen müssen. Für die ist das echt eine Überlegung wert, sich die Big Stream Beyond zu holen. Denn unglaublicher Formfaktor, fantastisch, definitiv ein Upgrade, besseres Bild, viel besseres Bild als das, was ihr momentan habt. Und höchstwahrscheinlich auch viel bessere Farben als eure Headsets. Es sei denn, ihr habt die Vive Pro 2, ne, die Vive Pro 1, denn die hat ihr ja auch OLED. Ja, richtig toll, aber auch mit ein paar Schwächen, wie zum Beispiel das Evo V, was nicht riesengroß ist, sondern nur so normal. Das könnte sogar ein Schritt zurück sein für die meisten von euch. Und ja, ihr müsst auch mit sowas kämpfen wie Glare, also nicht ganz perfekte Optik, aber im Großen und Ganzen schon richtig gute Optik. Wenn ihr also zu den Leuten gehört, die sagen, hey, ich habe keine Lust mehr auf sowas Schweres auf dem Kopf, ich möchte was haben, was super leicht, futuristisch ist und trotzdem ein tolles Bild hat und ihr das beste Tracking haben wollt, jawohl, die Big Screen Beyond, die ist es dann für euch. Für wen ist die Big Screen Beyond nichts? Ja, wenn ihr jetzt momentan auf der Suche seid nach dem Headset mit dem allerbesten Bild, was keine Probleme hat, ja, was ein größeres Evo V hat, was nicht die Probleme hat mit der Edge-to-Edge Clarity, ne, dann ist das Headset nichts für euch. Und dann holt euch lieber zum Beispiel die Pimax Crystal. Die Pimax Crystal hat momentan einfach das allerbeste Bild, ne, dementsprechend aber auch einen viel größeren Formfaktor, 1,15 Kilo und eben nicht hier diese 127 Gramm. Ihr müsst wirklich schauen, was ist euch wichtig. Wenn ihr Simmer seid, ne, für Simmer, die Microsoft Flight Simulator spielen wollen oder ähnliche Spiele, da würde ich schon sagen, ist dann die Crystal besser, wegen dem größeren FOV und wegen dem perfekten Bild, aber für das meiste andere, wenn euch der Formfaktor wichtiger ist und die super tollen Micro-OLED-Farben, dann die Big Screen Beyond. Auch ist das Ganze nichts für euch, wenn ihr ein kabelloses Headset haben wollt, denn ja, es ist eben ein Headset, was ihr per Kabel anschließt an euren PC. Und ja, es gibt Third-Party-Lösungen von Nofio demnächst, die eigentlich für die Valve Index sind. Keine Ahnung, ob die vielleicht auch eine Version für die Big Screen Beyond machen, aber davon kann ich jetzt einfach nicht so ausgehen. Es ist jetzt, es hat jetzt ein Kabel und wenn ihr ein kabelloses Headset haben wollt, dann kann ich euch die Pico 4 ans Herz legen. Die kostet nur um die 400 Euro, hat noch ein größeres EvoV, nicht die tollen Farben, aber auch eine schöne Auflösung und die kann ganz toll kabellos PC VR auch streamen. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt und auch super tolle Farben haben wollt, dann könnt ihr euch die Quest Pro anschauen. Die kostet so um die 1000 Euro und ja, die kann eben auch kabellos PC VR streamen und hat sehr schöne Farben und wirklich tolle Linsen. Ja, und jetzt wisst ihr eigentlich alles, was ich weiß über die Big Screen Beyond. Ich werde sie definitiv benutzen, besonders für Spiele, die tolle Kontraste benötigen, die Szenen haben, die sehr dunkel sind, aber auch mit hellen Dingen wie die Nachtlevel in Kalknerage. Da gibt es momentan nichts Besseres und es ist ein wirklich tolles Headset. Das war's für dieses Review der Big Screen Beyond. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat, dass ihr ja etwas dazulernen konntet und wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Allgemein, wenn ihr euch für irgendein Headset ja entschließt und wenn eure Kaufentscheidung von meinen Reviews geprägt wurde, dann würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr die Headsets dann über den MRTV Affiliate Link bestellt. Kostet euch keinen Cent mehr, aber ihr unterstützt dann ja unabhängige Reviews, genau wie dieses hier und ja, wenn ihr euch das kaufen wollt und die Crystal, die viele Links jeweils unten im Video. Habt ihr noch Fragen zur Big Screen Beyond? Wenn ja, stellt sie einfach unten im Kommentarbereich und das ist sowieso auch sehr gut für den Algorithmus. Ja, also definitiv kommentieren oder einfach mit mir chatten und der MRTV Community auf dem MRTV Discord Server. Das ist eine richtig tolle, nette Community, die euch sehr gerne alle Fragen beantwortet. Der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Und ja, das war's. Vergesst den Daumen nach oben nicht und ich freue mich sehr darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.